Was ist Sport? Wie definierst du es? Wie definierst du dich? Sport ist heute etwas zu tun, worauf du morgen stolz sein kannst. Sei also nicht nur stolz auf dich, wenn du dein Ziel erreichst, sondern auf jeden Schritt, der dich antreibt. Sport ist, wenn du brennst, wenn du kämpfst und wenn du angekommen bist, geh weiter, bleib nicht stehen.